Hallo und willkommen zurück meine Freunde zu einem weiteren Teil Ark Survival Evolved. Wir sind ja immer noch oben an unserem Tower dran. Da habe ich mir jetzt auch mal was ganz ganz schickes überlegt, beziehungsweise einfallen lassen. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Wie gesagt, wir werden diese Option hier natürlich auch lassen. Aber damit wir jetzt hier nicht wirklich runterfallen oder rausfallen, werden wir jetzt hier Wände umsetzen. Ich habe mir hier Wände gecraftet. Die werden wir jetzt direkt mal hier dran setzen, meine Freunde. In der Hoffnung, dass wir die richtig setzen. Ja, wir setzen die richtig. Jawohl, auch richtig, auch richtig. Also dann kann man hier immer rausschauen. Das ist natürlich besser zum einen, dass man hier nicht wirklich den Segelmann macht. Und wenn man hier oben runterknallt, das ist nicht witzig, meine Freunde. Man klatscht so dermaßen mit dem Gesicht auf. Und das möchte ich vermeiden. So, wir werden jetzt schön hier alles einpacken, dass wir hier oben wirklich, wirklich halbwegs sicher sind. Also hier können wir, na, ich will doch hier runter. Hier können wir doch definitiv, Ach, jetzt habe ich noch ein zu wenig. Ein zu wenig und zwei Türframes brauche ich noch. Okay. Ist mir klar, bewusst. Dann werden wir das mal noch machen. Genau. Holz brauche ich wieder. Holz. Holz. Also, zweimal mit Loch. Eins, zwei. Und zwei Türframes. Eins, zwei. Und am besten zwei Türen. Eins, zwei. So, dann sollten wir jetzt alles gecraftet haben, meine Freunde. Was ich genau meine mit Türen und so, das zeige ich euch jetzt. Wir setzen nämlich jetzt hier ein Doorframe rein. Wo bist du, Doorframe? Da bist du. Dann setzen wir dich da mal hin, wo die Rampe ist. Ne, das ist auch wieder falsch. Acht ist das. Die Taste acht. So, dann ist hier schon mal ein Doorframe drin. Und dann machen wir direkt eine Tür hier rein. Ähm, wo sind die Türen? Die Türen setzen wir erst mal anstelle von Bären. Zack, mit der Nummer fünf. So, dann haben wir hier schon mal eine Tür drin, meine Freunde. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Haben wir immer einen Rückzugsort noch. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Äh, dann werden wir jetzt hier auf jeden Fall noch eine Wall setzen. Zack, hier haben wir die Wall. Äh, das reicht. Und hier werden wir einen Doorframe reinbauen. Äh, die acht. Mit der Nummer acht Doorframe. Ah, das ist falsch rum. Das ist scheiße, meine Freunde. Das ist ganz große Pille-Kacke. Äh, dann machen wir das mal kaputt. Äh, Demolition. So, ich hoffe, dass ich die jetzt neu machen kann. Äh, den Türframe. Äh, beziehungsweise haben wir jetzt wieder ein Problem. Das stellt ein ganz großes Problem sogar dar. Ähm, ich werde das nicht gedreht bekommen. Ich werde das definitiv nicht gedreht bekommen, meine Freunde. Ohne hier wirklich alles abzureißen. Und das ist ja echt eine wittre Pille. Seht ihr? Der setzt mir den jetzt immer wieder falsch rum hin. Das ist doch zum Kotzen. Also, das Bausystem ist echt was für ein Arsch. Reiße ich das jetzt ab, fällt mir die ganze Rampe alles wieder hin. Das ist doch echt zum Kotzen. Auf gut Deutsch gesagt, ja. Echt zum Kotzen. Nichtsdestotrotz werden wir hier jetzt auch noch Wände draufsetzen. Äh, deswegen gehe ich jetzt wieder runter und hole mehr Wände. Aber so weit ärgert mich. So weit ärgert mich wirklich. Und wir gehen mal was trinken. Also, da müssen die dringend nochmal ran, äh, mit dem Bausystem und diesen Snap Points. Das ist sowas von bitter. Echt schlimm. Äh, so, wir werden zwölf, äh, Dinger mitnehmen. Zwölf Wände und dann auch zwölf Decken. Zum Glück haben wir im Vorfeld alles gecraftet. Ähm, wir nehmen jetzt hier diese elf mit. Und ich möchte zwölf haben. Siebenvierzig sind mir zu viel. Vierundsonstig auch. Zwölf. Passt mir. Sagt mir zu, meine Freunde. Jetzt haben wir zwölf. Äh, zack. So. Ich sollte mich schon mal bewegen können. Oder nein, kann ich mich wieder nicht. Warum jetzt schon wieder nicht? Die scheiß Rampe da. Die packen wir mal raus. Was fehlt uns denn sonst noch so an Gewicht auf? Die Bären können auch mal eben raus. Also, wir haben jetzt überall wieder hier so eine Krimskramskiste. Ich bin ja kein Freund davon, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn einmal Ordnung ist das halbe Leben. Oder wie heißt das so schön? So, ich werde aber hinten hoch gehen. Also, ich muss mir auf jeden Fall was mit der Rampengeschichte einfallen lassen. Jetzt kann ich auch nicht springen, weil ich so voll bin. Ich werde verrückt. Also, ich würde ja gerne wirklich, ne? Und so. Aber ja, ihr wisst ja, was ich meine. Äh, so. Gehen wir jetzt hier hoch. So, hier kommen auf jeden Fall jetzt nochmal Wände drauf. Ähm, die setze ich jetzt erst, die Wände. Zack. Mit der 3. So, wenn der mir jetzt die eine Wand da auch noch jetzt rumdreht, dann kriege ich einen Anfall. Ja, und die dreht der mir noch rum. Also kann ich den ganzen Scheiß abreißen, meine Freunde. Also, ich hoffe ja zumindest, ähm, dass der mir nicht jetzt den ganzen Turm da niederstürzt und reißt. Also, ich muss das ordentlich haben. Das wird mir jetzt keine Ruhe geben und lassen. So, dann bauen wir hier noch hin. Und, äh, hier noch. Ah, da hätte ich beinahe wieder falsch geklickt. Erstmal jetzt den, die Axt aus den Dings nehmen. Die 3. Also, hier. Und. Hier. Und. Aber man muss hier echt aufpassen, wo man hier hin baut. Hier. Die Sonne, die scheint auch wirklich übel. Und. Hier. So, das sollte schon mal reichen. Ja, natürlich muss das jetzt hier weichen, meine Freunde. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass mir der ganze Rotz zusammenbricht. Ich hoffe es nicht. Wenn ich das jetzt hier wegmache. Ich hoffe es nicht. Betet für mich mit. Und da geht alles im Arsch. Alles im Arsch. Aber das macht nichts. Ähm, da kann ich mit leben. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. So, die 8. Kann ich die craften, ja. So, dann setze ich nämlich jetzt hier schön den Doorframe vernünftig an. So, dann habe ich nämlich Ordnung, bevor ich mich jetzt die ganze Zeit hier ärgern würde. Dann kommt oben das Dings drauf. Wunderbar. Und dann kommt jetzt erstmal das Dach drauf. Ähm, ich habe doch Dächer mit, ne. Damit ich jetzt hier Gewicht verliere. Dächer habe ich mit. Wunderbar. Äh, die drei Dächer drauf. Ja, dann mache ich jetzt so genau noch, dass es ein bisschen so übersteht. Dann sieht das noch ein bisschen schöner aus. So, da kommt es hin. Da kommt einer hin. Und, äh, da kommt wieder einer hin. Dann kommt da einer hin. Da einer hin. Da hin. Da hin. Und ich habe wieder keine Dings mehr. Dann muss ich mir jetzt Wände holen. Aber, äh, das mache ich jetzt liebend gerne. Denn ich kann mir jetzt auch, äh, wie gesagt, Rampen wieder mitbringen. Was brauchen wir denn? Einmal noch, ähm, 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 ne. Ich brauche jetzt erst noch Außenholz. Genau. Außenholz brauche ich noch. Lass mich mal überlegen, meine Freunde. Wir brauchen jetzt noch genau, ähm, wie viel Holz. Also, wir brauchen jetzt noch mal. Hier nehmen wir noch mal, na, nochmal zwölf mit, würde ich sagen. Na, was man hat, das hat man. So, dann nehmen wir die eine Rampe mit. Ähm, ja, eine Rampe. Wir brauchen aber noch. Drei Rampen. Drei Rampen brauchen wir noch, definitiv. Ich hoffe, dass ich die drei Rampen hinbekomme. Dreimal. Ne, erstmal wieder nur zweimal. Was fehlt mir dann? Mal schauen, was mir fehlt, wenn ich jetzt fertig bin mit den Rampen. Setsch fehlt mir wieder. Okay. Und dann fehlt mir jetzt noch einmal Setsch. Ah, dass man hier nicht noch so kleine Schilder dran machen kann. So und so. So, dann werde ich jetzt noch eine Rampe machen. Dann müsste ich jetzt vier Rampen haben, meine Freunde. Und wenn ich die vier Rampen habe, sollte ich wieder hier alles hinbekommen. Und da haben wir erstmal wieder Level Up, weil wir so schön gecraftet haben. Was nehmen wir denn? Schleppen wir mehr, ne? Ja, komm, wir nehmen noch mehr Sachen mit. So, wir sind schon Level 47, meine Freunde. Das ist nicht schlecht. Dann können wir gleich mal, wie gesagt, den Fabrikator mit bauen, den Grill, den guten, guten alten Grill, den Industriegrill, den großen. Der brät nämlich sackweise. So, jetzt wollen wir erstmal hier mit drei unsere Wand fertig machen. Unsere Wand Nummer drei. Und das gibt was, wenn das alles wirklich mal in, ähm, sag mal schnell, meine Freunde, wenn das alles mal hier in, ähm, Stein gemacht werden soll. Oh mein lieber Onkel Otto, da haben wir aber richtig was zu tun. Aber richtig. So, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall das Dach drauf. Also das gefällt mir schon wesentlich besser. Wir machen jetzt hier die Dingens dran. Wunderbar, hat auch geklappt. Und hier geht jetzt die Rampe runter wieder. Also haben wir doch wieder alles hinbekommen. Mit abreißen. Ich bin zufrieden. Ihr seid zufrieden, meine Freunde. Denn das ist die Hauptsache. Es soll ja wirklich vernünftig aussehen, oder? So, dann geht's hier schon mal runter. Nummer zwei. Dann geht's runter. Und Nummer drei. Wir sind unten. Das passt. Hier oben setzen wir jetzt noch schnell eine Türe rein. Mit der Nummer fünf. So, und dann sollte unser Turm schon fertig sein. Was hier oben auf jeden Fall... Oh, das überstrahlt richtig. Was hier oben auf jeden Fall noch hinkommt, ist Licht. Und Flaggen kommen da oben drauf. Ich möchte mir gerne auch mal Flaggen craften. Aber ich hab mich damit überhaupt noch nicht beschäftigt. So, wir können jetzt hier immer schön auf unseren Turm rauf gehen. Der Turm hat Stützen. Also, das sollte doch schon vernünftig aussehen, meine Freunde. Und wenn da oben jetzt... Wir fliegen jetzt mit unserem Flugsau hier da hoch, damit wir da oben sind. Und ein paar Fackeln rein. Licht, dann leuchtet das wirklich, wirklich ziemlich hell. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge machen wir weiter in unserem Turm. Bis dahin. Tschüss. Tschau und bye-bye.